Hallo Colin Ja Ich liebe dich Ich dich auch Brauchst du Cannabis? Ja, das kann ich bis Der Boss kommt Nee Doch Nee Und dir nur ein Sohn bei der Arme bricht er Doch Ich kann das noch länger Naja, du Hey, Janis Ja Sag mal genau hin Weißt du Du musst jetzt ganz genau aufpassen Ja Hörst du ruhig nicht zu Ja Ganz leise Ja 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 hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video und das hier ist die so überschätztende Begrüßung die ich jemals gemacht hat und das Video geht ja schon wieder geil los ja ich habe mich länger nicht mehr gemeldet ähm ja ich hab schon einiges aufgenommen letzter Zeit aber ich hab mal mit Fraps Problemen gehabt mal hatte ich mit Premiere Problemen gehabt mal hatte ich mit Internet Problemen gehabt mal hatte ich mit der Zeit Problemen gehabt also letztes hat es nicht so rund gelaufen aber jetzt geht es ja wieder weiter hoffentlich wieder regelmäßig ich habe auch hier mal ein richtig geiles Textgepac rausgefunden rausgesucht AstroCraft es ist richtig geil ihr seht schon hier was hier steht ähm also das kann ja nur die Wahrheit sein äh ihr seht hier unten Minecraft 1.75 also das ist ganz aktuell und ähm weil es einfach dem Netz so gut angekommen ist machen wir hier einfach mal den Praxistest ich gehe hier einfach mal schnell in Huch ach der Kompass ist ja geil hey ich gehe hier jetzt einfach mal ähm zu Hide and Sequel ist es das heißt ich glaube ich habe auch mal Standard Texture Pack so ich glaube ich habe das gewollt weil wir mal gucken wie das hier so läuft denn die Textionen sind ganz anders und und ähm sind dann iPad also ist ich finde es geil gemacht das haben wir da auch sehr viel Sachen damit äh Menüs und allem wenn sich sehr sehr viel Mühe geben hier sieht man jetzt gerade nett die Schilder sind vielleicht nicht ganz ach schon jetzt weil da auch eine andere Schriftwahl wo verwendet wurde ja doch Jo ähm ich schaue mir das Ding jetzt gerade zum ersten Mal in Game an ich hab mir eben schon ein bisschen die Derteile anguckt und jetzt sehen bis gleich steckt so ein bisschen abgeändert also ich habe kann man noch so ein bisschen Sachen mit äh ähm ich bin Gott und alles also die Wahrheit quasi und wenn ich sagen darf falsch ist oder das ist jetzt Prozent egal Thema wechselt ähm ich hab schon ein ähm die dieses Texture Pack nützt ähm ähm die Kinder wohl die meisten Blöcke überhaupt nicht mehr wie ich hier aus sieht ganz anders aus die Lobby als sonst schade schade schätzt ihr nicht gucken kann was das für ein Block ist dass der vielleicht mal ganz interessant egal wir machen jetzt einfach einen Praxistest wie kann man in diesem Texture Pack spielen okay es ist keine Frage dass man äh damit keine tollen Naps bauen kann dafür einnimmt es sich super dafür ist auch gemacht und ich finde das so Sachen wie Crafting wenn du hier ist mit alles hier ist nett sie ist unverändert aber Sachen wie äh Dispenser an zum Beispiel geiles HOD die ähm äh was war es noch Bücher und Karten sehen geil aus die Bücher hier finde ich jetzt ganz so gut hoch so das jetzt aber ähm die Karten ja was da war es dann auch in dieser Map so dass ähm die Karte der auf der Karte der Story Text war es heißt ähm es war dann transparent wie so ein äh ja wie so ein Tablet Luft oder Transparenz und was labere ich hier wieder ihr könnt vielleicht mal für eine Map wählen ähm nicht aufnehmen weil äh ja Traps war nur nicht an ich hab nur Ton aufgenommen genauso wie ich da auf dem letzten Tag mit dem Mongos aufgenommen hab wer die noch nicht kennt kann man bei mir auf dem Kanal vorbeischauen da hab ich äh unter Friends and Fans oder wie der Abschnitt heißt da einen Link gemacht zum Colin und zum Yannis das also um bei Koten lassen ab und da okay am besten mit ist Tons Square ich meine erst die um mit der sozialen Block Bookshelves auch gut dann und gut wird ein solcher gucken ob die vielleicht gerade im teams Weg sind dann könnte ich ja gerade mal in die Aufnahme rein holen aber es sind das gibt es gerade mehr dafür reicht die Zeit nicht mehr los geht's ja m sind gelockt das ist jetzt aus wo man kann sich auf recht finden aber das ist auch das perfekte Versteck wenn man gerade sorry ich muss nur gerade mal husten so ähm hier findet uns bestimmt keiner ich mache jetzt gerade mal ähm teamsweg auf teamsweg hallo wo ist es ähm ich will es nicht aktuell wir verbinden connected die channel switch mikrofon mikrofon sie sind gerade online die online ist der schlau mit jannis es gibt die wort ich und noch jemand kommt das Piepsen sound muted kommt das Piepsen aus dem TS ich weiß nicht äh was ist denn hier los hat jemand am verrecken also sind auch gerade beide online das heißt ich werde gleich vielleicht mal mit rein holen kann man vielleicht ein bisschen labern während hier gerade nichts los ist ähm äh mit dem schwert auch nur ein flieger auch wie traurig ähm ich gucke mal gerade wie ich das gerade gemacht habe ähm das habe ich hier äh passt auch manchmal wieder rein sound resumt tonne ich auch mal wieder an damit ich hier auch noch höre falls sie wieder da sind obwohl ich sie schauen wir schon auf meinem zweiten bildschirm und hier passiert irgendwie nichts ist immer nur noch ein seeker komm YOLO ach da hinten ist der ich dann hier wieder herein er hat uns nicht gesehen hehehe wie der angegriffen wird schade schon gerade aber mal ehrlich das ist wirklich dumm ich glaube wir haben uns hier gerade einen falschen server mit so einem scheiß seeker weil die rennen dem doch da vor der nase rum und der kriegt es nicht irgendjemanden zu erledigen ja seeker ist afk boah was soll das denn seeker der afk ist das ich muss vielleicht mal irgendjemanden erklären warum sind die seeker afk und äh was mache ich hier gerade ich gebe zurück zur maus und zur tastatur blog info und so boss barriere finde ich auch nicht mehr so gut ähm früher war ja hier wo jetzt der schön neue keks ist immer die mhm der blog anzeigt der man ist jetzt steht ja zwar oben ach so da oben ähm es sei ganz so schlecht aber wir können doch weiterhin unten den blog anzeigen statt nur den keks das finde ich doch immer toll wenn sie so weiß man auch wie man selber aussieht muss man nicht erstmal da gucken ähm bringen sie es jetzt schon selber um okay ich würde sagen das hier ist immer noch das beste versteckt merken wir uns mal vor ich bringe jetzt erstmal ein bisschen seeker um so dumm wie der ist kann man das ja wirklich machen das ist ganz schön peinlich wenn ich denn der zweite seeker werde wenn ich dann doch gegen den verliere hey hier sind wir hier wozuwelle ist ja ach wie scheiße ist das hier geil aber wenn nichts passiert hier sind alle blöcke hier in der mitte und denn ist der seeker oder ist er tot komm mit ja und schiss seeker wo ist er gleich wieder das ist ja die mitte wenn er ein bisschen aus dem schuss fällt und ende der berg ist das two round ja ähm eine sehr komische runde war das hier ähm wir sehen uns dann gleich wieder nach einem kleinen cut bis gleich und hier geht es jetzt auch schon wieder weiter ich bin zwar immer noch in der lobby aber gut eigentlich das ganze lobby teil hier überspringen aber mir ist etwas richtig witziges aufgefallen ähm ich gehe einfach mal raus ich meine oder anderen dürfte es vielleicht auch schon aufgefallen sein weil ich meine jetzt gehe ich hier mal nochmal rein jetzt schaut mal bitte nach unten rechts wenn da unten die Einbildung nicht wäre der Chat steht da ja low light ich könnte es mal so machen steht low light ja das wird ganz besser und wenn ich jetzt hier wieder rauskriege geht das Ding wieder weg ich glaube das hat was mit diesem smooth lightning zu tun das es da ja in minecraft gibt ich weiß aber nicht genau was das ist ähm wir können es mal probieren ähm äh video settings smooth lightning nehmen wir mal off nur damit hat es offensichtlich nichts unternommen gerade wieder smooth lightning auf maximum und back to game jup äh Apropos AFK-Sieger von eben ich glaube äh beim TeamSpeak ist auch nicht gerade viel los das sind alle irgendwie auf K ich hab nie mal geschrieben aber wo kommt man zurück äh naja ähm und ich wollte ja noch bisschen über diverse Dinge reden äh ich plane zusammen mit paar anderen äh einen Minecraft Contest das heißt da werden texturepacks äh und Maps und also alles was mit Minecraft zu tun hat egal was und wir da irgendwie auszeichnen und da so einen kleinen Lektor gehabt dafür machen ob der stattfindet wann der stattfindet wie der stattfindet mit wem der stattfindet wer da teilnehmen kann und so alles noch unklar war nur noch mal so eine Idee von mir wenn die euch gefällt schreibt es immer bitte in die Kommentare und schon plötzlich etwas auf dem Server getan oder täusche ich mich ich weiß nicht okay was war das auf jeden Fall von Yannis ähm auf jeden Fall von Yannis ähm ja okay was ich dann noch ansprechen wollte ich mach jetzt sehr eigene Musik äh der Link dazu findet ihr auch bei mir auf dem Kanal dann wie geht's auf dem Kanal weiter äh ich wollte natürlich hier bei diesem ähm Format hier mit den Reviews zu Minecraft ich bin ein Stein-Block-Shop durchsett guck was es hier so gibt weil ich kenne die Map noch nicht ich hab noch nie gespielt ich spiele es erst mal noch in diesem Texture Pack geil ähm wir sind Stone ähm Alty Map sieht richtig geil aus in diesem Texture Pack hallo hallo Colin Colin ja ich liebe dich ich dich auch brauchst du Cannabis aber das kann ich bis was geht denn da der Boss kommt nicht ne doch ne denn sie wissen nicht dass ich mithöre ich kann das noch länger naja du ich will hier einfach mal alle hier rumstehen ich hab hier grad übrigens Paschtetoch drin das heißt ich hört mich grad nett hey Janis ja na mal genau hin es kommt nicht weißt du du musst jetzt ganz genau aufpassen ja er ist auch wirklich zu ja ganz leise you were banned from the server ähm Server abgeschmiert oder was ist mir jetzt schon mal passiert ich hab jetzt ja Server abgeschmiert was ich geh mir nochmal drauf er 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 war abgeschmiert und er spieler gespielt quasi näher er was krank ir bei uns in den 100 Munden Minden dann gewöhnen was da das ane separate Egal Wir sind hier gerade die Seeker und ich finde die Map hier ist einfach geil. Ich meine, ich habe die Leiter das zum Beispiel schon sofort erkannt. Pluspunkte im Praxistest. So, ähm, wie geht es hier auf dem Kanal weiter? Ich wollte hier auch mit diesen Minecraft-Reviews, da werde ich auf jeden Fall damit weitermachen. Das ist das, was mein Kanal so besonders macht. Achso, nicht, hier ist kein PvP, ist ja PvP-Player-Bussels-Blocks. Ähm, ich wollte vielleicht auch nochmal richtiges Let's Play machen mit den beiden da, die gerade eben da im TS waren. Mit denen, äh, wollte ich ja ein Hexys-Projekt machen, was da? Ich meine, du bist geil aus hier. Vielleicht war ich mit denen ein, ähm, die Fortsetzung vom Hack-Projekt machen, die haben dann schon angefangen, ich hatte keine Zeit dafür, äh, ich sollte vielleicht nicht labern, wenn ich hier spiele, aber das ist ja, was ein Player ausmacht, das mache ich es einfach mal weiter. Ähm, ich bin ja eh sowieso am Up-Failen. Und, ähm, ich bin hier. Scheiße, ich komme nicht mal raus. Achso, hier. Und, ähm, das weiß ich, wie das dann läuft, wenn es ins Brück überhaupt weitergeht, äh, mach ich es jeden Tag, mach ich das nur wieder mal, mach ich dann, wenn ich Bock hab, ähm, und das spiele es rum, äh, ich hab mein Schwert weggeworfen, ich bin so schlau, und, ähm, ich hab sie einfach mal stehen, egal, was passiert, wenn ihr einfach irgendein Bild habt. Und, äh, dann, warte ich, vielleicht mal, disconnect. Du, das, stars. Das ist gar nicht so ein schöner Slogan, dann gehen wir vielleicht wieder zurück. Ne. Ich muss nochmal in Ingame gehen, und dann wieder runter, damit... Ne, das weiß ich, wir wollen jetzt auch nicht. Ja, damit da wieder die Wahrheit steht, ähm, das kann ich ungestattet reden, ähm, mit den beiden wollten eben das Projektman da, das hab ich nicht erzählt. Ähm, real life wird auf jeden Fall komisch absurd ankündigt, ich hab's nie gemacht, weil ich keine Zeit dafür hab, ja, ist die... ist die 1a-Ausrede überhaupt, aber... real life wird auf jeden Fall demnächst was kommen, ich hab mir dann noch ein kleines Format ausgedacht, aber ich glaub, das wird nicht so der Knaller werden. Aber, naja... Das war nicht, ob ich das überhaupt mal irgendwann mache. Äh, gibt's sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier, ähm, falls ihr vielleicht mal irgendwann mal Bock habt, auch mit mir was aufzunehmen. Ich suche auch noch immer wieder mal toll Mitspieler, für so Tage wie heute. Und, ähm, kann mich gerne mal anschreiben, per PN, per E-Mail, Marvin at ZDZ.com.dk, wie ihr grad halt Bock drauf habt, wenn ihr jemanden für die Aufnahme sucht, könnt ihr mich schon mal anfragen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.